Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Nach einer doch etwas längeren Pause mit Europa-Universität 4 auf diesem Kanal melde ich mich zurück mit einem Let's Play. Willkommen dazu, mit einem Let's Play mit Österreich. Ja, ich liebäugle schon lange mit diesem Land als Let's Play-Projekt, gebe aber zu, dass ich mich lange davor gescheut habe auch und etwas Angst davor habe, denn Österreich ist, ich behaupte mal, eines der komplexesten und vermutlich auch am schwierigsten zu spielenden Nationen, wenn wir jetzt mal von den One-Province-Miners absehen, aber von den Spielmechaniken her. Überaus komplex, gleichzeitig aber auch überaus interessant. Und nun gab es ja den letzten DLC, der Emperor hieß und sich genau mit dem Thema befasste, mit dem Reich, auch mit Österreich, mit Mitteleuropa, ein Patch, der noch viel verändert in der Hinsicht und nun, ja, wurde es Zeit, das Ganze anzugehen. Wie gewohnt werde ich in dieser ersten Folge, in dieser Prolog-Folge, noch nichts spielen, sondern vor allem zwei Dinge erläutern. Als erstes geht es um die Geschichte, die Vorgeschichte gewissermaßen, aber auch die Ausgangslage, in der wir uns jetzt befinden. Und zum zweiten geht es darum, wie ich dieses Let's Play angehen möchte. Was sind meine Ziele? Was sind so meine Regeln, die ich mir setze? Hausregeln in gewisser Weise? Was ist die Philosophie des Ganzen? Zweiteres ist doch sehr wichtig, wenn man das Let's Play als Zuschauer verfolgen will. Ich werde es versuchen, auch nochmal zu verschriftlichen, damit später man darauf auch zurückgreifen kann. Zunächst zeige ich euch mal die Einstellung, die ich gewählt habe. Das ist im Wesentlichen jetzt hier die Schwierigkeit. Und wenn, dann richtig. Dann spielen wir auch mit sehr schwer, um es noch härter zu machen. Nation im Glück, lasse ich mal auf historisch, weil das ganze Let's Play durchaus einen relativ historischen Ansatz haben wird. Das werdet ihr gleich sehen. Mehr gibt es, glaube ich, jetzt hier gar nicht mehr zu sagen und zu zeigen. Dann steigen wir erstmal ein ins Spiel und sprechen ein bisschen und sprechen ein bisschen über die Vorgeschichte Österreichs und die Geschichte und die Ausgangslage. Die Landwirtung Österreichs ist verbunden nicht mit der Dynastie der Habsburger, nein, die kam erst später, sondern mit den Babenbergern. Das ist eine Dynastie, eine Familie, die so um 1000 relevant wurde, aufgetaucht ist in der Geschichte, die ihren Stammsitz, man könnte sagen, hier ungefähr hatte. Das waren ursprünglich Markgrafen am Rande des Reiches gegen die heidnischen Ungarn zum Beispiel gerichtet. Das Ganze, also die Aufgabe der Markgrafschaft, die damit verbunden war, das erledigt sich dann weitestgehend zumindest, was das Thema Abwehr der Heiden betrifft, in dem Moment, in dem Ungarn christianisiert wurde. Und die Babenberger widmeten sich danach stärker dem Landesausbau und auch der Ausdehnung ihrer eigenen Gebiete. In der Mitte des 12. Jahrhunderts wurden sie so relevant, dass sie zum Herzog gemacht wurden von einem Markgrafen, also bekamen sie die Herzogswürde und auch noch versehen noch mit speziellen besonderen Rechten. Unter anderem wurde ihnen zugestanden, dass sie auch legitim eine weibliche Erbfolge haben durften, was nicht unwichtig war, weil, ihr wisst es, es geht immer auch um das Aussterben oder eben das Weitertragen einer Dynastie. Und das ist natürlich mit erlaubter weiblicher Erbfolge deutlich einfacher. Vielleicht noch erwähnenswert ist, dass auch von den Babenbergern, entschuldigt, dieses Wappen, diese Wappenfarben stammen. Nämlich von Herzog Leopold V. in seiner Zeit im Rahmen des dritten Kreuzzuges erzählt man sich folgende Legende, ob sie schlussendlich wahr ist, das weiß niemand, aber es ist eine sehr schöne Geschichte. Und zwar hat er 1191 so tapfer gekämpft, dass er nach einer Schlacht gegen die Heiden dort seinen breiten Gürtel abgemacht hat von seinem Waffenrock. Waffenrock, der war ursprünglich weiß und nachdem er diesen Gürtel abgenommen hat, ergab sich folgendes Farbmuster. Rot, Weiß, Rot. Also Rot vom Blut der heidnischen Gegner und weiß, da war der Gürtel. Eine wunderbare Geschichte. So ist also das Wappen entstanden. Die Babenberger waren fleißig, was schon die dynastische Ausweitung ihres Gebietes betrifft. Und zwar schon in ihrer Zeit kamen dann Oberösterreich hinzu und die Steiermark im Prinzip. Also so dieses Gebiet. Das war so das zentrale Gebiet dann der Babenberger. Das nennt man auch das Babenbergische Erbe. Denn 1246 starb der letzte Babenberger. Und dann war die Frage, wer bekam eigentlich dieses Gebiet? Und da gab es einen großen Streit darum. Man spricht vom österreichischen Interregnum. Der erste, der sich meldete, war Ottokar II. von den Primischlieden. Der war König von Böhmen und der meldete Ansprüche an. Wurde auch von den Ständen dort gerufen. Gab aber ein schwieriges Verhältnis. Gleichzeitig wollte der dann neu gewählte deutsche König und später auch Kaiser Rudolf von Habsburg, der erstmal gar nichts mit dem Gebiet zu tun hatte, wollte diese Machtfülle eines böhmischen Königs nicht so recht akzeptieren und meldete eigene Ansprüche an. Es kam zum großen Krieg, den Rudolf von Habsburg gewinnen konnte. Und in dem Zuge sicherte er dann dieses insofern freigefallene Gebiet, so könnte man das bezeichnen, ab 1278 für seine Söhne und damit für die Habsburger Monarchie. Und seitdem ist das dann bis 1918 in der Hand der Habsburger. Die waren ebenso fleißig, vor allem was Erbschaften, was gute Heiratspolitik betrifft. Und im Laufe der Zeit kamen dann noch die Kärntner Gebiete hinzu, dann Krein und die Windische Mark, hier haben wir sie, dann natürlich Tirol und schließlich, ja, wobei vor Arlberg, wir sehen hier Bregenz, das ist so eine Sache, das ist nicht, das ist bislange noch umstritten gewesen. Teilweise ab dem 14. Jahrhundert einzelne Gebiete in Bregenz, es gab aber auch lange Zeit noch unabhängige Grafen dort. Das ist schwer darstellbar in Europa und es war alles vier, wenn es sozusagen eine zerstückelte Herrschaft gibt. Hier ist Bregenz gewissermaßen noch unabhängig, das wird ein Thema werden. Das sind gewissermaßen die Erwerbungen der Habsburger. Wichtig ist Salzburg, blieb bis 1803 ein unabhängiges Erzbistum. Ist es hier eigentlich ein Erzbistum als, ich gucke mal rein. Ja, es ist ein Bistum, genau, unter einem Bischof. Und das ist schon mal die erste Hausregel, das wird auch bei uns so sein. Salzburg wird unabhängig bleiben. Vielleicht verbünden wir uns, vielleicht sorgen wir anderweitig dafür, aber dem wollen wir folgen. Die Macht der Habsburger stieg und schnell kamen sie auf ein Problem, nämlich, dass sie selber keine Kurfürsten waren, obwohl sie doch so mächtig waren und obwohl sie dann später regelmäßig auch den König und Kaiser stellten. Eine Lösung war es schon früh, ich glaube, war es im 14. Jahrhundert, meine ich, mich richtig zu erinnern, fälschten sie dann einfach mal Urkunden, um das zu belegen, dass sie eben solche große Macht hätten. Das wurde dann aber ziemlich bestritten, gab es Streit darum. Am Ende blieb ein Privilegium Marius, so nannten sie das, nämlich, dass sie sich Erzherzogtum nennen durften und stellten sich zumindest symbolisch auf die gleiche Stufe der Erzfürsten. Das ist eine andere Bezeichnung für diese Kurfürsten, die wir kennen. Aber sie erhielten nicht das Wahlrecht. Also soweit ging das nicht, aber sie nannten sich dann eben Erzherzog. Das ist im Spiel tatsächlich auch an einer Stelle nachvollzogen, und zwar bei den Regierungsformen haben wir hier das österreichische Erzherzogtum, was das Freiheitsstreben von Untertanen reduziert und den Adeleinfluss leicht erhöht. Das werden wir natürlich auch behalten. Ja, dann begann im Prinzip damit der Aufstieg so im 15. Jahrhundert. Also in der Zeit, wo wir sind, ist das Ganze noch nicht klar, was mal, dass die Habs sogar mal wahrscheinlich die mächtigste Dynastie Europas werden sollten. Aber das begann in dieser Zeit. Herzog Albrecht V. vor allem war es, der heiratete die Tochter des Luxemburger Kaisers Sigmund, dessen Linie starb 1437 aus, und damit erbte er sozusagen über seine Frau die Königreiche Ungarn und Böhmen. Und damit hatten wir zum ersten Mal also diesen großen Zusammenhang der Donaumonarchie, wie ich es mal nennen möchte. Allerdings starb er, und jetzt nähern wir uns langsam, 1444 starb er früh, jung, und zwar im Jahr 1439, unerwartet. Und jetzt wird es skurril, es gab kein Erben in direkter Linie, aber seine Frau war schwanger mit einem Sohn, das wusste man in dem Zeitpunkt noch nicht, aber mit einem Kind, das wurde dann ein Sohn namens Ladislaus. Und das heißt, ja, wie ist das rechtlich, einen zu bewerten? Ein schwangeres Baby, ist das erbberechtigt? Ja, es ist erbberechtigt. Im Prinzip ist das der Erbe gewesen. Was macht man? Erstmal braucht man einen Vormund. Dieser Vormund wird Friedrich V. Das war ein anderer aus der Habsburger Linie. Da gab es dann auch immer Erbteilungen bei diesen Erblanden. Das wäre jetzt kompliziert, das alles so ein bisschen auseinander zu dröseln. Und dieser Friedrich V. wird der spätere Kaiser Friedrich III. Und das ist genau der, den wir jetzt hier auch als Regenten haben. Kaiser Friedrich III. Eigentlich Friedrich V. Und ja, der wird zum Kaiser gewählt, obwohl er hier nur Vormund ist, aber der hat auch eine eigene Hausmacht, wie auch immer. Und jetzt greifen wir ein bisschen in die Zukunft voraus. Also das ist eigentlich die Konstellation, die wir jetzt haben. Er ist offiziell nur Vormund und Thronfolge ist Ladislaus. Normalerweise müsste das anders laufen in dem Spiel, aber das kann EU4 nicht nachvollziehen. Also hier ist es so, wenn Kaiser Friedrich stirbt, würde Ladislaus erben. Normalerweise ist das nicht so. Wenn der erwachsen würde, würde er nicht den Kaisertitel bekommen, aber eigentlich Rechte in den Erblanden und gegenüber Böhmen und Ungarn. Aber wie gesagt, das Spiel macht das ein bisschen anders. Ich greife jetzt trotzdem mal in der Geschichte ein bisschen voraus. Und zwar Ladislaus stirbt 1457 und damit ist die Erbfrage wieder total offen. Vor allem was jetzt Böhmen und Ungarn betrifft. Und dort wählt man jetzt angesichts dieser Situation nationale Könige. In Böhmen Georg von Podjebrad und in Ungarn Matthias Korvinius sicher euch auch bekannt. Die spielen auch in EU4 eine Rolle. In beiden Königreichen haben wir tatsächlich auch dieses Interregnum. Das ist auch insgesamt wirklich sehr schön dargestellt hier. Diese Situation, in der wir uns jetzt befinden. Nach dem Tod von Ladislaus ist jetzt die Frage, was passiert jetzt? Und da kommt jetzt Friedrich wieder ins Spiel, der im Übrigen keinen guten Ruf hat in der Geschichtsschreibung. Aber er hat trotzdem eine wichtige Sache für die Habsburger getan. Denn er hat sofort gesagt, erstens, er reklamiert die kompletten Erblande für sich. Und zweitens, er behält einen Anspruch auf Böhmen und Ungarn, auf die beiden Königreiche. Das kann er nicht durchsetzen. Aber das wird später dann in der Geschichte der Habsburger noch eine Rolle spielen und auch bei uns noch eine Rolle spielen. Das ist sozusagen seine große historische Tat. Ja, wenn ich mich recht entsinne, und jetzt greife ich auch schon mal ein bisschen spoilermäßig vor. Er stirbt hier, das ist, glaube ich, fest einprogrammiert, dass dieser Ladislaus stirbt mit 15. Das wird passieren. Und dann wird es, glaube ich, auch ein Event geben, wie sich jetzt die böhmischen Stände entscheiden. Ob sie ihr eigenes Ding machen oder ob sie mit uns eine Personalunion machen. Das werden wir erleben. Da können wir mal gespannt sein, was da passiert. In Böhmen ist, glaube ich, die Sache noch ein bisschen anders. Die machen gleich, glaube ich, vorher ihr Ding. Aber da haben wir noch eine Mission. Dazu kommen wir dann noch. Also das ist erst mal die historische Ausgangssituation in Österreich und Umgebung. Dann haben wir das Thema Reich. Heiliges römisches Reich. Und das ist ein überaus komplexes Thema, was uns natürlich jetzt in diesem Let's Play schwer beschäftigen wird. Das historisch aufzudröseln, ist nahezu unmöglich jetzt in diesem Rahmen. Ich will einfach nur mal ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Gedankensplitter hier einwerfen, um deutlich zu machen, dass wir eigentlich heute kaum was wissen und kaum was verstehen über dieses Reich. Vielleicht gucken wir uns mal die hier bezeichneten Grenzen an. Das Reich ist aus unserer Perspektive eigentlich kein Staat, auch kein Staatenbund. Es hatte keine systematische schriftliche Verfassung. Es hatte keine wirkliche exekutive, quasi keine eigenständige Bürokratie mit winzigen Ausnahmen. Kein stehendes, dauerhaftes Heer. Es war ein loser politischer Verbund mit einem gemeinsamen Oberhaupt, nämlich dem Kaiser. Es hatte kein festes Territorium, auch wenn das hier so ein bisschen das suggeriert, als gäbe es ein klares Territorium mit eindeutigen Gebietsgrenzen. Es war eben kein Territorialstaat, sondern ein Personenverband. Und zu klären, wer eigentlich dazugehörte, war überaus schwierig. Und auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich wurde das beantwortet. Ich will einfach nur mal ein paar Beispiele nennen, warum das so schwierig ist, weil es unterschiedliche Kriterien einfach auch gab. Zum Beispiel die italienischen Fürsten waren in der Regel Lehnsleute des Kaisers, aber sie waren nicht Teil der Reichsinstitution des Reichstags. Und zum Beispiel, insofern, ja, waren sie nur Teil des Heiligen Römischen Reiches oder nicht. Dann erstes Beispiel Böhmen, eine ganz komplizierte Situation. Böhmen, der König von Böhmen war im Prinzip ein Lehnsmann des Kaisers, aber nur seine Kurwürde, also das Recht, den deutschen König zu wählen, nicht das Königreich Böhmen selbst mit den ganzen Anhängseln. Also ganz komplizierte Rechtskonstrukte, die man eigentlich heute kaum noch so richtig verstehen kann, weil das eben auch niemals richtig so festgeschrieben wurde, auch wenn es die Golden Bulle und so weiter gab. Aber das waren alles nur teilweise Rechte, die sich dann auch im Laufe der Zeit wieder anders entwickelten. Also es war ein Recht, das tradiert war, das man einfach wusste. Und wenn es ein Problem gab, dann löste man das in dem Moment ganz pragmatisch und dann wurde das quasi neue Tradition oder auch nicht. Oder man änderte das wieder. Es hatte trotzdem aber eine gewisse Verbindlichkeit und Kohärenz. Außerdem muss man unterscheiden zwischen dem Reich im Mittelalter und dem Reich in der frühen Neuzeit. Wir befinden uns jetzt genau an der Schwelle. Im Mittelalter war das noch sehr stark ein Treueverhältnis, ein klassisches Lehnsverhältnis. Das wurde in unserer Zeit immer weiter institutionalisiert. Vor allem auch die Bindung zum Papst, das war ja damit verbunden, der Kaiser wurde vom Papst übertragen. Das ist in der frühen Neuzeit dann immer weniger relevant geworden. Ich glaube, Karl der Ixte, 1500, irgendwas Anfang des 16. Jahrhunderts, wurde nochmal vom Kaiser, vom Papst gekrönt. Aber ansonsten war das dann automatisch mit der Wahl zum König verbunden. Der Kaiser war alles andere als ein absoluter Alleinherrscher, wie man sich das vorstellt, vielleicht wenn man an römische Kaiser denkt, überhaupt nicht. Seine Macht behuhte im Wesentlichen einerseits auf die Macht seiner Landesherrschaft, seiner Stammlande. Im Falle der Habsburger, die in unserer Zeit eigentlich nur noch Kaiser waren, mit einer Ausnahme, war es eben diese österreichischen Erblande. Und natürlich auf seinem diplomatischen Geschick und dem Geschick, Konsens herzustellen innerhalb des Reiches. Denn im Prinzip konnte er nur mit Konsens der Reichstände regieren. Das Reich bestand aus Haupt und Gliedern eines Körpers, so beschrieb man das damals. Haupt war der Kaiser, die Glieder waren die Stände und niemand konnte ohne den anderen. Das Reich war durchaus aber schon irgendwas Verbindliches. Es war ein Rechtsverband. Es gab einen Versuch, zumindest eine gemeinsame Rechtsprechung zu etablieren. Es gab Rechtsinstitutionen auf Reichsebene, die man anrufen konnte. Und vor allem sollte es ein Friedensverband sein. Das heißt, man hatte schon den Anspruch, dass innerhalb des Reiches Frieden herrschen sollte. Man wollte nicht miteinander Krieg führen und man wollte sich Beistand leisten gegen Gefahren von außen. Das hat nicht immer geklappt. Natürlich hat man auch gegeneinander Krieg geführt. Aber der Anspruch war definitiv da. So, das vielleicht so ein bisschen als Einleitung zum Thema Reich. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, die uns jetzt hier im Let's Play beschäftigen werden. Was sind jetzt die Ziele? Was ist der Ansatz des Ganzen? Ich habe eingangs gesagt, Österreich ist somit das komplizierteste Land, das man spielen kann. Warum? Aus folgenden Gründen. Wir haben mit dem Thema Rückgewinnung von Böhmen und Ungarn zu tun. Dann automatisch mit der osmanischen Gefahr, mit der Türkengefahr, also dem Abwehrkampf der osmanischen Expansion. Das wird ein großes Thema sein. Dann haben wir dieses burgundische Erbe, was uns beschäftigen wird und damit die dauerhafte Erbfeindschaft mit Frankreich in gewisser Weise. Das wird ein großes Thema sein. Dann natürlich das ganze Thema, das Reich irgendwie zusammenzuhalten. Ich habe es schon erwähnt. Wir wollen natürlich Kaiser bleiben. Dann das Problem der italienischen Staaten, die eigentlich im Reich bleiben sollten, was historisch dann nicht erfolgte. Aber wir können es schaffen. Eine komplizierte Sache, die wir dort versuchen müssen. Und dann natürlich der aufziehende Religionskonflikt, der das Reich erschüttern wird. Also ihr seht, alles hochkomplexe Themen, die wirklich nicht einfach zu meistern sind. Und das Krasse ist, die sind alle quasi innerhalb von 100 bis 150 Jahren, werden die virulent und werden uns beschäftigen. Das versuche ich. Das sind sozusagen die ersten Ziele, dass wir das versuchen irgendwie zu bewerkstelligen im Sinne des Reiches und im Sinne Österreichs. Also Böhm und Ungarn zurückgewinnen, die Osmanen zurückzudrängen, Burgund vielleicht für uns zu gewinnen und zu sichern. Dann wollen wir natürlich katholisch bleiben und das Reich soll auch möglichst katholisch bleiben. Und wir wollen versuchen, italienische Staaten im Reich zu halten. Es wird mit Sicherheit nicht alles klappen, aber das sind erstmal Ziele und unser Anspruch. Zum Reich will ich ein bisschen mehr noch sagen. Also natürlich erstes Ziel, wir wollen Kaiser bleiben. Zweites Ziel zumindest, wir wollen den Frieden im Reich wahren. Drittens, wir wollen die rechtmäßig zum Reich gehörenden Gebiete, auch wenn ich eben gerade historisch gesagt habe, das ist ein bisschen schwierig, aber wir wollen, dass die sukzessive Teil des Reiches werden, was uns in Frontstellung dann auch wieder vor allem mit Frankreich und so weiter bringt. Dann wollen wir den katholischen Glauben möglichst als Reichsglauben haben. Und ich will den Reformweg gehen, aber den Weg der Dezentralisierung, das hat jetzt keine, also das ist einfach jetzt eine Entscheidung von mir. Man kann diesen zentralen Weg und eine Nationalstadt gründen oder den dezentralen Weg gehen. Ich möchte diesen dezentralen Weg gehen, weil er auch deutlich näher am historischen Weg dran ist. Insofern, das ist sozusagen ein Punkt, weshalb ich davon spreche. Das ist so ein historischer Ansatz. Ein zweiter Punkt ist jetzt eine Hausregel, die ich mir zusätzlich noch setze, nämlich ich möchte keine dauerhafte Expansion unternehmen aus jenseits des historischen Gebietes, das Österreich und dann die Doppelmonarchie und Donaumarchie, das sie hatten. Das heißt nicht, dass ich hier und da nicht mal was erobere, aber ich werde es dann irgendwie zurückgeben oder entlassen oder sowas. Das kann durchaus mal passieren. Aber es gibt eine große Ausnahme und die große Ausnahme ist Personalunion und mögliche Erbfälle, die uns Gebiete über diesen friedlichen Weg sichern. Das ist die große Ausnahme. Das heißt, also es ist unwahrscheinlich, dass wir Spanien bekommen als Habsburger. Das ist wirklich ein historischer Zufall, der sich nicht wiederholen wird. Aber wir werden natürlich viel heiraten und da kann es hier und da mit hohem Prestige zu solchen Personalunionssituationen kommen und die werde ich dann auch akzeptieren und das wird dann auch Land sein, das wir verteidigen und das wir als unser Land bezeichnen werden. Und das kann dann zu ahistorischen neuen Situationen führen. Ja, das ist es im Wesentlichen. Das wird den Kern dieses Let's Plays ausmachen. Wohin das am Ende, wie gut das funktionieren wird, wie gut ich mich schlagen werde, das weiß ich natürlich noch nicht. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss, aber der Einstieg ist jetzt erstmal vollzogen. Ich freue mich drauf. In der nächsten Folge geht es dann richtig los mit unseren ersten Entscheidungen und da gucken wir uns dann auch ganz genau an, was sind so Missionen, die wir vollziehen wollen. Was sind jetzt die ersten Aufgaben, die wir beachten wollen. Ja, eine wichtige Sache noch. Es wird wahrscheinlich ein ziemlich langsames Let's Play werden, weil ich sehr viel auf Diplomatie achten werde, also sehr viel auf die Entwicklung in den anderen Staaten, wobei es sind inzwischen sehr, sehr, sehr viele. Da werde ich nicht für alle die Nachrichten anmachen können, aber für die wichtigen auf jeden Fall. Ja, das vielleicht noch als kleine Vorwarnung vorweggestellt. Das wäre es erstmal. Wir sehen uns wieder dann in der ersten Folge. Bis dahin macht es gut. Euer Steinballen.